Ach, ich erinnere mich, da war was Rundes, das gefehlt hat. Da, na, sieh mal einer an. Okay. Muss ich? Okay. Ich muss dir anscheinend alle schlagen. Easy. Ich kenn mich ja so gut mit Schach aus. Ich hab im Leben, glaub ich, vielleicht zweimal Schach gespielt. Und das ist immer noch verdammt laut. Ich hoffe, ihr versteht mich zwischendurch mal. Gibt's denn noch so... Ah, ah. Ah. Muss einfach nur lange genug drehen. Einfach nur lange genug drehen. Halt, 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 halt. So. Und jetzt? So. Das kommt hier hin. Ach, ist doch eine Scheiße. Dann machen wir das Ganze doch... so. Ah, lol. Da kommt doch die Kugel wieder rein. Meine Kugel ist weg. Okay. Wir brauchen was langes. Jawohl. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Da haben wir... Nö. Jetzt brauchen wir oben Punkte. Oh. Jetzt haben wir oben vier Punkte. Zwei Punkte. Zack. Hallo. Ein Griff mit einer Fassung. Das gehört jetzt an die Tür draußen, ne? Oh. Das ist eine Tänzerin. Eine Ballerina-Figur. Damit haben wir das erledigt. Okay, ähm. Der Griff mit einer Fassung, der kommt hier hin. Unbedingt möchte ich da lang gehen. So, das strahlt einen schon so an. Da fehlt ein blauer Punkt. Ja, wir brauchen noch so einen blauen Punkt. Okay. Ähm. Da ist ein blauer Punkt. Ich glaube, das ist nicht der, den wir suchen. Ein Aufziehschlüssel. Hm. Oh ja, Puzzle. Oh, scheiße. So rum, so rum. Okay, dann kommt hier der Aufziehschlüssel rein. Nehm ich mal stark an. Da oben fehlt jetzt bestimmt die Ballerina. Uh-huh. Uh-huh. Dann kommt hier die Ballerina. Oh. Oh. Läuerina und Klärung. Bis wir hier öffnen können. Ähm Ja, natürlich Jetzt bin ich wieder da So Okay, dann kommt hier jetzt die zweite rein Ist es nah Äh Tanz, meine kleine Ballerina, tanz Die Musik ist voll schön Yay Ja Ein Edelstein Hier aus dem Rücken Okay Dann sind wir hier wahrscheinlich fertig Dann wahrscheinlich hier hin Der Edelstein kommt da hin Okay Hier die drei und hier die drei Okay Und dann Nein Nein, ich habe doch nichts Falsches gemacht Jetzt Oh so Ich habe wahrscheinlich doch irgendwas Falsches gemacht So So Das war doch nicht kacke. Ein Schlüssel mit Vogelsymbol. Ich nehme mal an, das ist für den Käfig. Aber... Wo komme ich denn nun hier hin? Habe ich denn noch irgendwo was? Nee, ne? Nichts, wo ich hinklicken könnte. Aber hier bin ich ja auch fertig, oder? So, so nichts mehr. Na gut, vielleicht muss ich wieder hoch. Ah, halt, ich habe den Aufziehschlüssel noch. Okay, vielleicht muss ich nochmal runter. Vielleicht muss ich das ja nochmal aufziehen. Nee, anscheinend nicht. Aber für irgendwas muss ich das doch dann noch brauchen. Also hier zumindest für nix. So, gehen wir doch wieder hoch. Oh, ist mir kalt. Was könnte ich denn aufziehschlüssel brauchen? Hier ist so gesehen kein Schlüssel noch. Das da oben habe ich schon. Nähe. Nähe. Hier ist auch nix. Boah, die Uhr geht mir richtig krass auf die Nerven. Kann ich hier noch irgendwas? Ach, hier. Hier habe ich ja noch einen Schlüssel. Ich habe schon davon vergessen. Oh, wunderbar. Tschüss, dann, der Wabe. War mir eine Freude. Nein, nein, nicht den Käfig. Äh, nicht den Kasten. Hä? Was prügt mir jetzt das, dass der da weggeflogen ist? Ich kann nicht auf den Käfig zoomen. Was? Was? Ja, hallo. Okay. Alright, okay. Wir gehen wieder runter in den Keller. Also, Keller ist gut gesagt bei einem Turm. Wir gehen ein Stockwerk tiefer. So, dann schauen wir uns das Bild mal nochmal an. Mit unserer Oculus. Das ist auch gar nicht kompliziert oder so. Da hin, also. Okay. Da hin. Da hin. Dann halt wieder hier hin. Wo muss das überhaupt raus? Das ist mal ganz blöd gefragt. Da. Okay. Dann waren wir schon richtig. Okay. Der andere Teil ist der Fangplatz. Die Zeige einer Uhr. Dann gehen wir wieder hoch. Wo die hingehören, wissen wir ja. Da einmal. Da einmal. Zack. Ich nehme an, du nochmal. Ja, genau auf Mitternacht. Ich muss sagen, ich bin Kirin saufend. Ich glaube, ich werde hier die Aufnahme mal kurz beenden. Und wir sehen uns dann einfach ganz normal in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und damit herzlich willkommen zurück zu The Room 3 Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind Was haben wir denn gemacht? Das ist schon so lange her, dass ich gespielt habe Ähm Keine Ich weiß die Steuerung nicht mehr jetzt Wir haben irgendwie da rausgeguckt Und Konnten wir nicht Ach ne, achso, wir müssen wieder runter Okay, Entschuldigung, wir müssen wieder runter Weil da ging ja jetzt Strom hin, ne? Oder bin ich doof? Tap, tap, tap Ich sollte vielleicht auch mein Mikrofon außerhalb des Bildes hängen So Ähm Wir haben noch so eine Pyramide gekriegt Wobei, warte mal Wenn wir diese Pyramide Ist das nicht die Pyramide, die wir auf diesen Tisch legen müssen Aber wir haben noch voll viele andere Sachen Ein Metallobjekt Wo packen wir denn das Metallobjekt hin? Oder haben wir noch einen Ah Ein kleiner Mechanismus Kann man auch nichts tun? Aber da ging doch der Strom hin, oder? Kann ich da jetzt nicht Nein Ach Mensch Kann ich da jetzt nicht? Ich hätte mir vielleicht die alte Folge anschauen sollen, ne? Ah, da geht doch jetzt Strom hin Da gibt doch eigentlich so einen Laser Punkt Irgendwohin Hier Das hatten wir auch schon Scheint nicht zu funktionieren Da steht 1995 Hier haben wir auch nichts, oder? Ich erkenne keine Möglichkeit Das Gerät zu bedienen Okay Was haben wir hier? Da ist doch was Auf dieses Pult scheint ein bestimmtes Buch zu gehören Das haben wir doch auch schon gemacht, ne? Ja Ja, da brennt auch alles I'm verwirrt Sorry Ich muss da jetzt den Hinweis jetzt Ach, ich habe noch eine gravierte Pyramide Okay Achso, okay Dann sind wir da schon fertig War jetzt auch mein nächster Gedanke Dass ich einfach zurück zum Tisch gehe Also, dann drehen sich da mittlerweile 3 von 5 Stimmt, wir haben ja Kapitel 3 abgeschlossen Klar sind es 3 von 5 Okay Was haben wir denn hier? Ein optisches Gerät Ein optisches Gerät Oh, wie braucht Boah, meine Maus nervt mich so hart Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen Aber man kann hier auch nichts machen Also, es ist wirklich der Sache Einfach nur ein optisches Gerät Okay Ähm Vielleicht muss ich mit dem optischen Gerät zurück Ich glaube, das ist der falsche Raum Darf ich noch eine Uhr, wo Zeiger fehlen, ne? Nein Nein Da hat doch mal was gefehlt, oder nicht? Bin ich gerade doof? Ja, der blöde Hinweis ist ja in Ordnung Verhöhne mich ruhig Dass ich gerade einfach nicht mehr weiter weiß Du bist doch zu Vielleicht gehörst du da rein Nein Hier gehört sicher irgendwas hin Damit dieses Gerät funktioniert Ist er? Ne Okay Okay Wenn es die Tür nicht ist Dann vielleicht die Tür Dann geht es wieder hoch zu den Büchern, glaube ich Oder? Ja, genau Aber was brauche ich denn? Ein optisches Gerät Oh, Maus Das ist so nervig So Da wird aber auch kein optisches Gerät hingehören Ein optisches Gerät Im Hauptzimmer Fühlt sich eine Tür Oder eine seltsame Kreisplatte Muss ich doch zu dieser Kreisplatte Aber mir scheint doch irgendwas zu fehlen Weil das ist die einzige Tür, die noch übrig ist Aber nichts, das ich dabei habe Scheint da irgendwie Wobei doch Das sieht doch Das sieht doch so aus Wie dieses Oh mein Gott Wie dieses optische Gerät Hä? Das geht auch gar nicht Ah Ah Jetzt Ich hoffe Die Verwirrtheit löst sich Im Laufe des Spiels Ich gebe mein Bestes So Dann mal wieder Kabel Mal müssen wieder Strom anmachen Okay Da haben wir Oh, da haben wir wieder einen Zettel Da haben wir auch wieder dieses Frequenzding Wiederum eine bravourös bestandene Prüfung Die Zeit rückt nun wahrlich näher Ich verspreche auch die Antworten Und Antworten sollst du erhalten Einzig ist jede Seele Und auch die Falle, in die sie tappt Ein Altar der Gewissheit Eine Schwarte voller Antworten Ein Gruftseil des Erschreckens Für Ah Seine Büchse voller Dämonen Voller Wissen Voller Macht Voller Ungeahnten Doch Doch alles bloß Lügen Doch alles bloß Köder Bloß Fallen Wärst du gescheitert Wäre dies dein Heim gewesen Doch wie üblich Birst du auch hier entkommen Kein Zweifel Du bist der Den ich suche Der der das Herz des Labyrinths Finden wird Der der aus diesem Reich Entkommen wird Der Meister Okay Der Meister ist schon mal Ziemlich zuversichtlich Dass wir aus der Scheiße Wieder rauskommen Wir Kann man da wieder Eine Frequenz einstellen? Ne, weil wir haben keinen Strom Wir brauchen erst Strom Dafür müssen wir dem anderen Kabel hinterher Und da haben wir wieder unsere Unser Lämmchen Quiz Okay, wir haben Minus, Plus, Plus, Minus Plus, Plus, Minus Huh What? What? Jetzt. Ich würde gern zugeben und sagen, ähm, das war jetzt Können, aber das war Bruder Lock. Die haben lieber nachgedacht, die haben einfach nur verschoben. So mache ich solche Spiele. Okay, damit haben wir hier Strom. Da ist wieder so eine Scheiße. Was ist da denn jetzt los? Dieser Verschluss hält den Regler fest. Okay. Die Kiste kann ich da auch nicht draufstellen? Nö. Was ist mit dir los? Was ich wohl darauf befinde? Eine Schallplatte. Da passt auch kein Schlüssel rein. Und auch kein Mechanismus-Ding. Da ist so ein Schlüssel-Ding. Ah! 7. August. Ein gassiges Dilemma bildet mein Schicksal. Ich brauche eine schillernde Seele. Doch wenn sie so schillernd ist, wie ich sie brauche, dann vermag sie doch nur die Falle zu sein. Es hängt alles an seinen seidenen Faden. Sie sehen sich nach der Quelle des Null-Elements. Genau wie ich. Ich spüre das Sehen. Es macht sie blind für das, was sie erwartet. Okay, aber ist hier kein... Kein Schlüsselloch? Nee. Na gut. Kein Schlüssel-Ding auch. Was haben wir denn hier noch? Hallo? In diesem Baum befindet sich etwas. Nein, echt? Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Aber man kann an der Schublade auch nicht ziehen. Man kann auch hier nicht dran... dran drehen. Wir wissen nur, dass irgendwas in diesem Baum ist. Und was haben wir hier? Das wäre aber ein blöder Mechanismus wie auf den anderen Dingern. Kannst du nicht irgendwie... Ah! Okay. Tschüss. War schön mit dir. Was... Warum habe ich das denn jetzt? Ich weiß gar nicht, ob ich das brauche. Ein Metallobjekt. Kann ich das jetzt wieder da drauf stellen? Okay. Ach so, dann geht's wieder... Ah, okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Ja, ja. Objekt gefunden. Bla, bla. Das Wildere ist dazu da, dass es wieder rauskommt. Ich habe verstanden. Okay. Ja, okay. Bleib mal da drin. Ich weiß noch nicht, was ich mit dir tun muss. Was willst du? Eine Art Anzeige. Sie ist nicht eingeschalten. Okay. Ja, irgendwie läuft das hier nicht. Die nächste Phase entscheidet, das zu fehlen. Vielleicht ein Schlüssel. Ja, irgendwie nicht so. Okay. Wobei, wait a moment. Ach, es fehlen noch zwei so Kristalle. Okay, es fehlen noch zwei so Kristalle. Oh Gott, wie soll ich mir denn das alles merken? Nee, da unten kommen wir nicht hin. Okay. Ich dachte vielleicht, wir kommen unten zu den Schränken. Also, wir gehen mal rüber. In den anderen Raum. Und schalten das Gerät da drüben ein. Hallo. Jawoll. Zack. Zack. Wenn meine Maus denn so will. So. Dann können wir jetzt wieder, hua, äh, Tonwellen verschieben. Okay. Ja, aber das steht jetzt diesmal hier. Ah! Ja. Und schon geht die nächste Tür auf. Hola, Rio. Und es lädt. Juhu. Ich bin auch noch fasziniert darüber, wie gruselig dieses Spiel eigentlich ist. Ich bin mir gerade sehr froh, dass ich bei strahlenblauem Himmel das Ganze aufnehme. Ich bin mir gerade sehr froh, wie gruselig das Ganze aufnehme. Ich bin mir gerade sehr froh, wie gruselig das Ganze aufnehme. Ich bin mir gerade sehr froh, wie gruselig das Ganze aufnehme. Ich bin mir gerade sehr froh, wie gruselig das Ganze aufnehme. Vielen Dank.